Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Splinter Cell Blacklist. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben hinter der Deckung und wir sollen jetzt Andrew Coben finden, den Eierkopf, unseren alten besten Freund. Ich hab's nur mit Idioten zu tun. Nein, mehr haben wir nicht, er wollte nicht reden. Ja, sie durchsuchen den Rest davon. Kein Problem. Oh, Kacke, okay, wir sind ziemlich nah. Wie viele sind hier? Vier Stück. Den Typen da vorne, kriegen wir den? Ah, das ist verdammt brenzlig, den sich direkt zu holen. Ah, wir kommen leider nicht zurück. Kacke. Ach komm, ich hab ne Idee. Ich geh erstmal hier rüber und wir holen uns den Typen. Das hat ja keiner mitbekommen, das ist sehr gut. Okay, wir haben Ausschalten. Wie viele Personen kriegen wir drauf? Drei Stück. Genial. Und Feuer. Geschafft. Aber ich hab das dumme Gefühl, hier ist noch jemand. Retten. Wer ist denn das? Wir haben ein Paket gesichert. Verstanden. Falscher Mann. Du hattest bestätigt, dass Coben hier ist, Brex. Körperbau, Position. Ich hatte vermutet... Du hast nichts zu vermuten, während ich im Einsatz bin. Sam, was ist los? Deine Kontaktperson hat's erwischt. Weitere Milizen nähern sich. Du musst sofort verschwinden. Okay, alle Optionen. Und zwar vorgestern. Oh ja, das ist was für mich. Verbind das Telefon mit dem Offset. Ich hecke das Billigtein in 0,6. Okay, Charlie. Ist verbunden. Ach, okay. Ja, ja. Na komm schon, Charlie. Erledigt. Wow, das sind vielleicht abgefahrene Pornos. Wir suchen nach einem Ort. Richtig. Verfolgeranruf. Übertrage ruhig Bondslaut aufs Offset. Wow, gar nicht gut. Es ist eine Polizeistation. Brex, klar machen für Evakuierung. Ja, verstanden. Transporter setzt Truppen ab. Es sind etwa ein Dutzend. Brücke vor. Kriegst Feuerstuhl. Okay, jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier rauskommen. Ich habe eine Blaupause der Polizeistation besorgt. Klingt nicht gut aus. Milizen haben sie übernommen und befestigt. Negativ. Kurbin ist unsere Spur zu den Hintermännern von Blacklist. Wir gehen nicht ohne. Okay, Sekundaris. Geh weiter. Ich lenke ihr Feuer auf mich. Fatscherknopf. Ah, wir müssen da rüber. Oh, Mann. Hat unser Kumpel Briggs total... Die Sache total verhauen. Alter Schwede, hier ist ganz schön viel los. So, jetzt müssen wir zusehen, was wir... Bestätigt. Ich rücke ab. Oh, gut, dass ich nicht... Ich wollte gerade direkt hoch. Wie viel? Eins, zwei, drei... Die Ballern da rüber. Ah, das sieht nicht gut aus. Andere Waffe können wir leider nicht nehmen. Ich überlege gerade. Ah, wir warten noch ab. Der schickt gerade seine Leute weg. Sehr gut. Boah, echt. Ich muss mal echt mal sagen, die Musik ist voll cool. Aber ich glaube, ich habe mir den Ton noch etwas zu laut eingestellt. So, bereit. Verstecken. Ich muss mal eben was gucken. So, das tödlich. Das wollte ich gerne mal ausprobieren. Haben wir in der letzten Folge nicht gemacht. Ich habe jetzt alle nun immer nur ausgenockt. Ich meine sogar, wenn wir unsere Gegner ausnocken und andere Gegner den finden, den wir ausgenockt haben, können sie den aufwecken. Aufwachen. Wollte ich schon sagen. Oh, Mann. Aufwecken. Und dann haben wir wieder einen neuen am Hals. Oh, auffüllen? Was können wir denn da auffüllen? Ah, Munition können wir auffüllen. Das ist sehr praktisch. Ah, das sieht so aus, als könnten wir direkt... Oh, das machen wir direkt. Und... Okay. So. Ja, ja. Verstecker erledigt die Gegner. Ja, okay. Oh, jo. Machen wir direkt mal. Gedrückt halten. So. Komm mit, Freundchen. Können wir den da reinschmeißen? Gleiche verstecken. Oh, cool. Wir können den... Ja, häng du mal ab da. Mach mal. Ne, hier haben wir nichts. Gut. Wir müssen jetzt da rüber. Oh, wir können noch sliden. Und zwar alle. Verteilen. Alles durchsuchen. Okay. Okay, springe über Kanten und benutze die 3D-Navigation, um verborgen zu bleiben. Was ist denn 3D-Navigation? Äh. Das kenne ich jetzt aber nicht. Okay. Da hinten ist gerade einer rüber. Ah, der kommt nicht hier rüber. Kann nicht hier rüber, weil... Hier ist direkt eine Ecke. Heißt das, der ist... Oh, 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 nein. Scheiße. Geh weg. Scheiße. Verdammte Kacke. Ich hab nicht auf den aufgepasst. So, nachladen. Wir müssen hier weg. Weg, 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 weg. So. Erledigt. Nein, 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 nein. Ich bin nicht da. Verdammte Kacke. Jetzt hab ich... Feuer, Feuer. Ach, der lädt schon... Was? Nur 10 Schuss? So, wir gehen hier rüber. Komm her. Das war wieder nicht gut überlegt. Schnell nachladen. Sie verstecken sich. So, aufstehen. Ah, das mit dem Ducken, ne? Das krieg ich echt... Das ist... Voll Kacke. So, jetzt sind wir wieder gut versteckt. Wow. Wo seid ihr? Hallo. Ah, die sind wahrscheinlich unten. Da ist Nummer 1. Dann wollen wir den direkt mal markieren. Da ist Nummer 2. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Gegner wir hier haben. Verdammt. Ah, wir sind wahrscheinlich nicht nahe dran genug. So, wir gehen immer näher dran. Ich will die jetzt nicht direkt abballern. Ah, warte mal. Wir haben doch noch den hier. Oh, Kacke. Der war kein... Das war... Keine so gute Idee. Wir klettern einfach mal rauf. Bei dir was zu sehen? Nichts. So. Muss ich direkt mal ausprobieren. Aber ich glaube, dass... Wir haben noch 3 Schuss. Ah ne, nachladen können wir nicht. Puh. Das ist auf jeden Fall eine praktische Waffe. So, unendlich Schuss. Ich muss mal eben gucken. So, wir haben hier noch einiges. Einmal hier oben. Nachtsichtgerät. Ja, super. Rauchgranaten. Und Haftkamera. Und Haftgeräusch mit... Mitter. Äh... Super. Aber ich meine, wir hätten noch mehr Zeug. Oh, cool. Stimmt. Hier ist das Vögelchen. Ja, da ist das Vögelchen. Da war das. Da war das mit dem Pfeifen. Darüber müssen wir. Teip herunter? Ne, ne. Wir gehen... ...den coolen Weg. Direkt über die Mauer. Eben mal hier um die Ecke gucken. Okay. So. Geduckt. Ich höre welche. Wo sind sie? Sind sie da... Die sind wahrscheinlich da oben. Kommen wir da hoch? Ach, ne. Der springt nur... Ja, super. Dann springen wir drüber aufs Zähl. Ah, wir haben leider nur elf Schuss in dem Ding. Damit kann man nicht in einen offenen Kampf. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier hoch. Hoppa, hoppa, Reiter. So, wir können auch weiter hoch. Aber ich wollte auch gerne... Äh... Ah, guck mal. Er wollte nicht. Okay. Dann machen wir das. In dem Hauptziel... Äh... Hauptziel lebend gefangen und halte zusätzliche Belohnung. Okay, erhalte... Boah. Ich bin gerade voll unter Spannung anscheinend. Einfangen. Ah, den sollen wir einfangen? Ja, dann machen wir das doch. Los, sprich. Fixieren und markieren. Ja, der redet aber nicht gerade viel. Person gesichert. Behörden wurden informiert. Okay, cool. Dann haben wir jetzt direkt einen gefangen. Das ist super. Ich kann keinen sehen. Was sagt das Ziel? Acht Meter direkt darüber. Tür aufmachen. So. Was meint er? Sollen wir uns einen Kaffee machen? Oder... Ach nee, da ist keine Kaffee. Ja, dann lassen wir das. Oh, was haben wir denn da? Ach nee, Falscherknopf. Ah, wir können wieder... ...nachladen. Geh runter auf Straßentür. Okay. Okay. Nette Spielereien. Was haben wir denn hier? Ah, da hinten... Da irgendwo muss jemand sein. Tür auf. Wollen wir mal nachschauen. Benutze, um die Aufmerksamkeit von Gegnern zu erregen. Okay. Ja. Hey! Du, Penner. Scheiße. Das war keine gute Idee. Andere Waffe. Nein, nein. Danke. Äh, falsch. Verdammte Kacke. Dann wollen wir mal das Licht ausschalten. Das war keine gute Idee. Oh, Kacke. Nein, 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 nein. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Oh, Kacke. Na, das meint er auch nur ihr. So, dann gehen wir da jetzt hier rüber. Ah. Gesperrt. Tür aufbrechen. Oh, Kacke. Das funktioniert nicht. Wo sind denn die Eierköppe? Oh, 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 oh. Hier ist rüber. Oh, nein, 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 nein. Ich bin nicht da. Oh. Oh. Du, Penner. Oh, oh, nein, 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 nein. Oh. Okay. Okay. Übung macht den Meister was. Aber. Boah, das ist ja voll schwer. Ja. Hallo. So können wir. Nein, wir können leider nicht aus dem Fenster. Dann warten wir jetzt ab. Das wollte ich zwar jetzt nicht machen. Andere Waffe. Danke. Rede mit mir. Los, kommen wir rüber. Oh, oh, oh. Das war keine gute Idee. Da ist er. So, schnell wieder. Was machen wir jetzt? Nur die Ruhe. Der entkommt nicht. Doch, doch. Kommt nur rein. Du glaubst, du kannst dich verstecken. Wo sind sie denn jetzt? Jetzt gerade. Also, Jungs. So geht das nicht. Ja, warte. Den haben wir jetzt gleich. Erwischt. Wo kam der denn jetzt her? Oh, kacke. So, Nachtsichtgerät an. Und da rüber. Ah, da hinten kam der her. So, schön leise. Hier ist nur ein Zivilist. Den lassen wir in Ruhe. Da müssen wir rüber. Da ist noch einer. Ja, komm her. Komm her. Okay, da hinten ist keiner. Los, komm. Put, 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 put. Ah, du gehst in die falsche Richtung, mein Freund. Den wollte ich jetzt nicht direkt ausnoggen. Warte. Warte, warte. Hallo. Wenn du nicht kommst, dann komm ich zu dir. Oh. So, verdammt. Oh, der war nicht so gut. Oh, wir können durch Wände gucken. Wie geil. So, ein bisschen verstecken. Wo sind wir? Erstmal hier rüber gucken. Ich glaube, da unten ist jemand. Aha. Okay. Oh, kacke. Andere Waffe. Verstecken. Zwei Stück. Zwei Stück. Da geht's nicht rein. Was machen wir? Verstecken wir mit uns. So. Geschafft. Puh. Okay, ich muss sie wesentlich leiser mal vorangehen. Irgendwie. Ich passe irgendwie überhaupt nicht auf, ey. Das geht so nicht. So. Darunter müssen wir 48 Meter. Irgendwo Gegner? Nein. Dann gehen wir mal weiter. Ja, la, 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 la. Wie machen wir mal das Licht aus? Schuss haben wir noch. Aber da können wir ja so oft nachladen, wie wir wollen. Wir müssen ja nur Munition, oder bräuchten wir nur Munition für unser Maschinengewehr. Was haben wir eigentlich da für ein Teil? Eine, was steht da? MP7A1. Mhm. Habe ich noch nie von was gehört. Deckung links. So. Oh, was ist das denn für ein Auto? Ah. Das, nee, das ist kein BMW. Ich hatte fast gedacht, das wäre ein BMW. Eine Werkstatt da hinten? Auf jeden Fall müssen wir da rein. Das scheint keiner mehr zu sein. Oh, eine Ratte. Ah, warte mal. Wir könnten auch rein theoretisch über das Tor gehen da hinten. Hallo? Ah, guck mal, da ist eine Tür. Öffnen. Haha. Ja, wir müssen über das Tor gehen. Oh nein, ich habe Hunde gehört. Ach komm schon, jetzt mach keinen Kack. Wir müssen ernsthaft gegen Hunde kämpfen. Oh nein, ich habe hier eingesammelt. Cool. Was? 30.000? Oh, nicht schlecht. Wachhunde können den... Ja, danke. Das ging wieder zu schnell. Ha, habe ich nicht aufgepasst. Oh, nee, nee. Wo ist denn ein Wachhund? Ihr zeigt nicht. Beware of Dog. Oh, oh, nein, 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 nein. Warte mal, wir wollen nicht so gemein sein. Ach, halt die Klappe. Danke. Unglaublich, der Hund. Den werden wir auf jeden Fall los. Nee, ich wollte den Hund jetzt nicht hier durch die Gegend schleppen. Waffe wechseln. Darüber. Ah, ich bin gespannt, ob wir Coben finden. Auf jeden Fall, der Kontaktmann von Grimm ist tot. Bin fast da. Hab ein Dach 200 Meter südlich der Polizeistation ausgemacht. Mit Blick auf das Gelände und die Straße. Oh, 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 oh. Was ist denn jetzt los? Voll am Abkacken. Okay, ich glaube, wir machen mal eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Oh, genial. Er speichert. Das ist super. Oh, mein Gott, ey. Was ist hier los? Oh, 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 oh. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.